Servus Leute, heute gibt's mal wieder Gameplay nach all dem Drama die letzten Tage und ich war mit der P90 auf Factory unterwegs, ich wollte eigentlich bloß ein paar Skeps killen für ne Daily, aber es kam noch ein bisschen anders, Tagilla war da, die ein oder andere PMC-Gruppe und die P90 hat wirklich gezeigt, was sie kann und ich war angenehm überrascht, Factory-Runden sind halt leider nicht so lang, aber der Unterhaltungswert ist auf jeden Fall da, wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, Link unten in der Description und im ersten Comment, lasst mal ein Follow da, hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Ich bin nicht alle hier. Schnelles Doctack einstecken Kommentar auf Oh shit Fakilla Banske FQ Kein Recall, ihr habt recht P90 geht eigentlich ganz gut Geht eigentlich ganz gut Arm ab, aber Kopf dran Was haben sie sich anders vorgestellt? Ich glaube die zwei haben zusammen gehört Was haben sie sich anders vorgestellt? Oh unheard Unerhört Unerhört Sag ich Ich brauche Scaf Kills, was kriege ich? Fünf PMCs Eins, zwei Ah, war eine Vierergruppe glaube ich Ich habe glaube ich die komplette Vierergruppe ausgelöscht Unlucky Ach komm Einmal Schein Mal hart zu schwer, ich sag's euch, ey. Also, Moment. Mal hart zu schwer. Oh Gott, Mann. Das ist super Dodo. Hier bräuchte ich mal ein BTR, ja. Wir schauen jetzt erstmal in den Tagilla rein, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Das Enix Kars ist okay. Eigentlich will ich die Max mitnehmen. Oh, what the fuck, ey. Oh, spontane Nummer, ey. Spontane Nummer hier. Na gut, ich glaub, wir gehen mal, oder? P90 geht ganz gut. Du hast ne Runde, wo kommen denn die alle auf einmal her, ey? Wo kommen denn die auf einmal her? So, Quest fertig. Wisst ihr was, Leute? Dann machen wir jetzt mal Hallo YouTube draus. War doch ne schöne Runde, oder? Tagilla. Den ein oder anderen PMC. Bisschen Loot. Ist immer nicht so. Gönnen wir uns. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Damit, dass auch mal wieder was anderes kommt, außer nur, ähm, Rede-Videos. Mal sehen, was haben wir denn hier? 17.000 XP. Ja, war auch ein Vibe. Ich hab alle. Fünf Kills und Tagilla und ne Quest fertig. Das war mal ein Factory-Vibe aus dem Lehrbuch. Mal ganz ehrlich, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Passt. Wundervoll. Und auch noch wundervoller Hallo YouTube-Stram. So kann man leben. Das war nicht. だто, wer ist vor, ähm, Rede-Videos. Vielen Dank.